Felix Magath war schon immer für seine ungewöhnlichen Methoden bekannt. Wir drehen die Uhr ein bisschen zurück, gehen nach 2014 zum FC Fulham. Felix Magath kam auch als neuer Trainer an Bord. Denn als der Kapitän Brede Hangland eine Oberschenkelverletzung hatte, dachte sich Magath, ah, da habe ich noch ein altes Rezept aus der Heimat. Er sagte nämlich, komm mein Junge, reib deine Oberschenkel mit einem guten alten Käse ein. Das wird schon helfen. Was sagt ihr dazu? In meinen Augen super Hausrezept. Ebenfalls super, wäre natürlich jetzt ein Abo dazulassen.